jo was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen ankündigung und zwar heute um 20 uhr kommt es zur rückkehr eines projektes was man auf meinen kanal war dann irgendwann verschwunden ist weil ich keinen bock mehr hatte mich alles bisschen gelangweilt hat und so weiter und so fort aber heute um 20 uhr gibt es die rückkehr dieses projektes ich weiß nicht ob es viele leute erahnen können was ich meine wer es nicht weiß der wird um 20 uhr sehen was ich meine auf jeden fall ein projekt kommt wieder die ersten paar parts sind schon aufgenommen also wie gesagt um 20 uhr geht es los mit dem projekt das zurückkommt und dann geht es am 9 mai mit diesem projekt weiter und neuen content was endlich rauskommt gottseidank jesus fucking christ es hat bisschen lang gedauert aber das projekt kommt zurück heute um 20 uhr wie gesagt also merkt euch das es war triumphale rückkehr würde ich mal sagen bisschen langsam reingekommen aber diese rückkehr war extrem genial am ende muss ich zugeben ja sonst muss ich ein bisschen zugeben dass ich jetzt viel leerlauf drin habe rachel und clank ist ja leider knockout gegangen durch ein bug den ich drin habe das ist jetzt ungefähr ärgerlich weil ich habe ehrlich gesagt kein ersatz mehr und aber ehrlich gesagt auch sonst nichts anderes in der pipeline was ich großartig hochziehen kann oder zocken könnte da ich nächsten samstag erstmal uncharted erwarte dann geht es erstmal mit uncharted im hintergrund los bis ich das ganze ding dann veröffentlichen darf zum release das sollte dann wieder um 0 uhr der fall sein ich weiß nicht wie viele parts ich dann rauskriegen kann rauswerfen kann stellte am ersten tag könnten es dann wieder so um die ersten sechs bis sieben parts werden die ich dann raushauen kann dann geht es los mit doom und so weiter und so fort aber ich dazu äußere ich mich spät auf jeden fall da könnt ihr ein video morgen dazu erwarten was alles passiert im mai der welt hardcore leute freut euch darauf der mai wird extrem stressig für mich der wird der mai wird richtig stressig wird aber morgen als ich was passiert also die leute freut euch darauf 20 uhr geht's los mit dem projekt das zurückkommt be entertained be ready wir starten season 2 ich freue mich extrem drauf ich hoffe ihr seid auch dabei also bis dahin haut rein und tschüss also uns auf hustet die ignorance bis jetzt bis ¡ quello hence bis jetzt